Norddeutscher Rundfunk 2021 Happy Birthday. Happy Birthday. Wie geil, danke. Was wäre ein Sommer ohne ein neues Abenteuer? Wer ist erst da oben? Die coolste Bande der Welt kehrt zurück. Frank! Hab ich gewonnen? Um ihren Freund zu retten. Er braucht eine neue Leber. Ich weiß, das klingt schrecklich. Ist aber leider so. Wie siehst du denn aus? Wurdest du von den Simpsons adoptiert? Simpsons. Wir müssen sie alles geben. Wir müssen Dennis aus dem Knast holen. Das ist unsere einzige Chance, Frank zu retten. Das ist der ausbrustsicherste Knast. Das ist ein ganz Pott. Aber doch nicht der Einbruchssicherste. Tja, sieht so aus, als bräuchten wir ein neues Hauptquartier. Tada! Du hast, du hast, du hast das Volk zum Superhelden. Tag! Ich schau mein Meeting am 11. Ihr braucht meine Hilfe. Du hast, du hast, du hast das Volk zum Superhelden. Das Fliegendum. Au! Ihr wollt, dass ich meine Autorität als Erziehungsberechtigter an den Nagel hänge und mit euch in den Mist verbocke? Mhm. Glaubt ihr wirklich, dass ich es gut finde, dass ihr euch gegen alles und jeden auflehnt, anstatt einfach mal auf die Erwachsenen zu hören und euch an Regeln zu halten? Mhm. Ja gut, ich bin dabei. Wir interessieren Ihre Scheiß-Vorschriften nicht. Sie dummes Arschloch. Wir haben Dennis reingebracht und wir holen ihn noch wieder raus. Ich rette Meid. Ja, für alle. Alle für alle! Finde! Vorspacht Krokodile dran! Findest du das cool? Wieso? Weil du den Stift die ganze Zeit falsch rum im Mund hältst. Guck mal! Ihr größtes Abenteuer beginnt im Januar 2011.